Gardinen und Vorhänge sind ein bedeutendes Element, mit dem man seine Wohnräume individuell gestalten kann. Diese können aber noch viel mehr als nur Ihr Zuhause verschönern. Sie haben viele nützliche Funktionen und Eigenschaften. Sehen Sie selbst. Niemand fühlt sich gerne beobachtet. Vor allem nicht in den eigenen vier Wänden. Gardinen bieten sich hierfür optimal an, unerwünschte Blicke von außen zu verhindern. Dank der schier unendlichen Auswahl findet sich für jeden individuellen Geschmack die passende Lösung zum Schutz der Privatsphäre. Am Abend und in der Nacht verstärkt sich die Sicht von außen in Ihren Wohnraum sogar noch. Man sitzt im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Präsentierteller. Auch Einbrecher haben so leichtes Spiel, ihre Räume auszuspionieren. Versperren Sie die Sicht von neugierigen Blicken ganz einfach mit einer schönen Gardine und fühlen Sie sich in Ihrem Zuhause, ob Tag oder Nacht, sicher und unbeobachtet. Und überzeugt? Worauf also warten? Den Wohnraum nach eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten und ganz nebenbei noch ein paar der oben genannten Probleme lösen. Umfangreiche Informationen bietet der Fachhandel mit seinen kompetenten Mitarbeitern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017